Justin Bieber kommt nicht von der Nadel weg! Der Sänger wurde wieder im Tätowierstudio gesehen, um ein weiteres Tattoo zu seiner Sammlung hinzuzufügen. Und es scheint, er hat sich seinen eigenen Rat seiner neuesten Single Change Me zu Herzen genommen. Justin postete ein paar Bilder auf seiner Instagram-Seite und zeigte stolz seine neue Ergänzung auf seinem linken Arm. Auf Twitter schrieb er, er sei gerade von der Bühne gekommen und lässt sich nun tätowieren. Und es folgten darauf ein paar Fotos mit der neuen Tinte. Oben ohne natürlich. Justin zeigte sein neuestes Kunstwerk, ein riesiger Adler, der den Großteil seines Oberarms bedeckt. Auch wenn er gerade auf Tour ist, scheint er noch genügend Zeit zu finden, sich tätowieren zu lassen. Aber bald hat er keinen Platz mehr. Wenn er so weitermacht, muss bald der andere Arm herhalten. mmmm!